WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Auf Warte 2, Sieger Niklas Nitz. Und auf Warte 2 jetzt, Max Schmalkus gegen Erik Stolp. Warte 2, Max Schmalkus, Erik Stolp. Warte 2, Max Schmalkus, Erik Stolp. Warte 3, Max Schmalkus, Erik Stolp. Warte 3, Max Schmalkus, Erik Stolp. Warte 3, Max Schmalkus, Erik Stolp. Ja, vorwärts, komm. 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 Ja, vorwärts. Ja, vorwärts, komm. Ja, vorwärts, komm. Ja, vorwärts. Ja, vorwärts. Ja, vorwärts. Ja, vorwärts. Ja, weiter. Ja, vorwärts. 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 Ja, vorwärts.